Nach Hamburg Alpura über Hannover Hauptbahnhof, Abfahrt 21.21 Uhr, heute ca. 35 Minuten später von Gleis 3, Rd 5 nach Marjansfeld über Webera, Abfahrt 22 von Hauptbahnhof über Fulda, Abfahrt 22.23 Uhr von Gleis 2, heute nur bis Frankfurter Rhein Hauptbahnhof, und Rd 5 nach Meldungen über Baunertal 1000, Abfahrt 22.24 Uhr von Gleis 6, direkt in Gleis 3, Wow. Vielen Dank.